FFS bringt dir bei und der Sieg ist dein, denn mit Kampf, Fairness, Teamgeist und Leidenschaft haben wir hier alle ein Feuereinfach, sei dabei, bei der FFS, da macht es riesen Spaß, ja hi FFS Family, heute gibt es wieder eine neue Übung, wir haben ja schon Wänden gemacht, habt ihr ja bei Matze schon gesehen, hinterm Standbein quer und innen innen, heute machen wir es mit Torabschluss, Bertha im Tor und zwar in einem Tannenbaum, der hat zwei Zweige, erster Zweig, zweiter Zweig und eine gelbe Stange mit Hütchen drüber, das ist die Tannenbaumspitze, zunächst hinterm Standbein quer, drümmelt man nach rechts, hat man einen gelben, eine gelbe Stange macht man mit rechts, an der roten Stange mit links, an der gelben Stange mit rechts, an der roten Stange mit links, an der Spitze macht man einen Trick und dann kann man das natürlich auch mit der Wände in den innen machen. Und dazu dribbelt man wieder nach rechts zuerst, täuscht mit links in den anderen, nimmt mit rechts mit, an der roten Stange mit rechts, an der gelben Stange mit links, an der roten Stange mit rechts, dann wieder ein Überstattung und Torabschluss. Viel Spaß beim Übel!